ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play dirt 4 wir machen heute weiter mit dem hackantriebsmonster in fitzboy australien das sind 13 das sind 13 22 ich werde 10 10 machen am liebsten 13 13 23 kilometer bei zwei folgen müssen was irgendwie bei 16 halb machen also vier komplett dann die drei kilometer da dann hätten wir zwei folgen fällig ich würde schon ich will sie in drei folgen packen das 11 pro dings elf kilometer so was drei folgen ich muss eben bisschen mehr aufnehmen jetzt es wird wahrscheinlich eh kürzer werden die zeiten war ich demnächst in den urlaub fahre in der nächsten woche deswegen werde ich ja ein bisschen ich werde die komplette nächste woche quasi weg sein das heißt ich muss sowieso um euch wirklich die da den kontakt zu bringen den ich sowieso bringen will muss ich jetzt ein bisschen hochziehen ein bisschen untergehen mit den zeiten weil halt sehr viel zu tun ist für zwei australien teilnummer zwei also zwei australien sind wir in australien teilnummer drei hier erkennt die strecke auf jeden fall ja gibt es den dinger ist mir gerade ja was haben wir da finden wir bleiben uns aber dann sehr treu fahrzeug tunen wir starten die werthausprüfung mit einer fehlerfreien werthausprüfung verdienen wir uns ein besser also zehn zwölf minuten will ich auf jeden fall hinkriege die folgen ja gut ich gebe mir schon so zahlende zeit vor 5 4 3 2 1 los links 5 70 links halten über guckung vorsicht rechts 1 und rechts 4 über guckung so ein bisschen konzentration links 3 nicht stein mittig halten über guckung Wir haben einen kleinen Rückstand. Wir liegen mit Hand zurück. Wir wollen die Karre los sind. Wir wollen die Karre loslegen. Dann bleiben wir da stehen. Wir verkacken. Wahrscheinlich verkacken wir diese Werte. Wenn diese Mühe mit dem Heck so extrem kommt. Das hat 16 Sekunden. Wir müssen nicht zaubern. Wir müssen nicht zaubern. Es geht schon wieder gut los. Das ist hier zum letzten Mal in dieser Woche. 60 durchsenke. Links halten. Überpuppe. Rechts 6. Rechts 2. In links 3. In rechts 4. Nicht steigen. Links 3. In rechts 4. In kuppel. Rechts 3. Nicht steigen. In links 2. Links halten. in rechts. In rechts falsch. In rechts ich Leg apa. In links 5. Also in rechts. Durchsenken. Mit управ solair. steigen in den hinten bis sie das wird immer verdammt knapp und es wird ein rückstand wir sind zweiter hat sich aber angekündigt haben wir echt viel zu viel zeit liegen lassen scheiße man ja das war nicht gut dass wir da gerade abgezogen haben platz 2 momentan nur aber es ist noch alles offen es ist natürlich noch alles offen gehen wir rein in den zweiten teil 2 gehen wir rein in teil nummer 2 9,8 2 kilometer lang geht sofort los in den nächsten teil wir wollen ja was fahren oder weil wir sind auf jeden fall momentan noch nicht wirklich aber es passt ja passt schon wir haben jetzt noch nicht alles auf grün fahren ist es egal 6 minuten 14 gibt ja uns vorher zeit 5 4 3 2 1 let's go 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 los 11 10 2 10 10 Links 3, nach, zu, überpuppen. Links 4, und nach, rechts 2, überpuppen. In rechts 2, mit steigen, 80 durchsenken. Links 5, rechts 5, nach. Achtung, Kuppen, gleich Sprung, rechts 5. Senken, Kuppen. Wuppen, durchsenken. Kuppen, gleich Sprung, senken. Rechts halb, überpuppen. 80, Achtung, Kuppe, links, 2, 60 durchsenken. Links halten, überpuppen. Rechts 6, links, links, nach. Links 4, nach, zu, links schneiden, in rechts 3. In links 4, links schneiden, 80, links halten, überpuppen. Vorsicht, rechts 1. In rechts 4, überpuppen. Achtung, links 4, überpuppen. In links 1, rechts halten, überpuppen. 80 durchsenken. Da sieht es etwas besser aus als eben. Auf die Frage übrigens, habe ich jemanden gefragt, ob ich das Ding mit dem Lenkrad fahre oder ich auch Formel 1 mit dem Lenkrad fahre? Nein, ich fahre mit dem Controller. Das war schon fast 10 Sekunden. In rechts 3, rechts 4, nicht schneiden. In links 3, in rechts 4, macht auf, nicht schneiden. Links 3, nicht schneiden. In links 3, in links 2, rechts 5, 80 durchsenken. Links 2, in links 2, überrufe, nicht schneiden. In rechts 4, 150, links 6, in rechts 2, lang. 60, rechts 2, überrufe, 80, rechts 4, richtig gut. Haua! Voll getroffen! Aber noch haben wir alles im Griff. Hier sind wir nämlich grün mit 28,6 Vorsprung. Durch die letzten Datusprüfung. Links, 4. Und Achtung, rechts, 2 über Kuppel. In rechts, 2. Achtung, links, 3 verengt sich. In rechts, 4 macht Aufladen. Achtung, durch Senke. Links, 5. Nicht schneiden. Ich muss trotzdem nicht, dass wir eine Server schaffen. Und das war der längste Teil mit 9, irgendwas. 9,8 Kilometern. Ging dann eigentlich relativ schnell vorbei. Wir haben eine Minute. Na gut, 35 Sekunden am Vorsprung. Aber wir haben schon 5,5 Minuten gefahren. Perfekt! Super Ergebnis! Gut gemacht! So, damit dann mal wieder voll im Lot. Nächster Teil 9,9 Kilometer. Die Strecke ist wirklich 90 Meter länger als die jetzige Strecke. Also ungefähr von der Zeit her dürfen wir etwa genauso liegen. Ja, aber... Gucken wir mal. Wir fahren Teil davon. Nicht ganz alles, aber wir fahren Teil davon. Dann lassen wir mal den Rest morgen. Na Quatsch, schon morgen am Montag natürlich. So ist es richtig. Am Montag müssen wir das machen. Ein bisschen was wollen wir beim Energy nippen. Mittlerweile haben wir schon was. Gut, die eine Wertesprüfung haben müssen wir gewinnen auf jeden Fall. Haben wir ja auch schon gewonnen. Ähm... Eine Wertesprüfung müssen wir... Einmal Erster müssen wir hin. Okay, so ist es richtig. Äh... Jetzt prüfen wir die Zwischenzeit. Die haben wir auf jeden Fall auch schon. Fehlen noch zwei. Dann hätten wir die auch durch. Ja, seit sie was halt uns wieder so ein bisschen ärgert ist das Sauberfahren. Das ist das Problem momentan. Wir gehen rein in den letzten Teil für heute. Danke. Also viel Glück. Danke. Für Minuten 50 Felder fahren. Ah, ich hab zwei Minuten fahren. Zwei Minuten fahren. Vier... Drei... Zwei... Eins... Los... Nichts. 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 150. So kommt die wieder so schnell und so einfach wird wie die letzte. Den links vier. Den rechts fünf. Sechzig. Senken. Wende. Hundert durchsenken. In Kuppern. In Langtsprung. Achtzig. Rechts fünf. Achtzig durchsenken. Links zwei. In links zwei. Über Kuppern. In rechts vier. Sechzig. Die kosten wir uns jetzt richtig Zeit, diese Ecke hier. Achtung. Grenzen. Lenden. Kehne rechts. Kuppern links fünf. Durchsenken. Rechts halt. Über Kuppern. Links vier. Und Achtung rechts zwei. Über Kuppern. In rechts zwei. Nichts steigen. Achtzig durchsenken. Links fünf. Sechzig. Links fünf. Sechzig. Links fünf. In links vier. In rechts vier. In rechts fünf. Achtzig. Rechts fünf. Achtzig. Achtung. Kuppern. Flexstrom. Rechts fünf. Achtzig durchsenken. Links drei. Über Kuppern. Abschollen. Achtung rechts. Achtung rechts. Durch Tor. Links drei. Über Kuppern. Senke Kuppern. Links fünf. Kuppeln. Kuppeln. Nichts schneiden. Achtung rechts. An rechts fünf. Nichts schneiden. Senke. Bälle. Hundertfälle. Neues fünf. Wir links wieder hinten. Dreieinhalb Sekunde. Ja, ja. Das ist noch her. Ja, diese eine Ecke, die hat uns Zeit gekostet ohne Ende. Kommen wir auch nicht ran, ne? Und wir haben jetzt wieder aufgeholt, das ist gut so. 80, durchsenken, links, 5, lang, nicht schneiden, links, 5, senken, nicht schneiden, links, 3, lang, dazu, überbunden, nicht schneiden. Durchturm, links, 4, und Achtung, rechts, 2, überbunden, in rechts, 2, 80, durchsenken, links, 5, 150, links, 6, in rechts, 2, lang. 60, 80, durchsenken, kuppel, rechts, halten, überbunden, und links, 6, in rechts, 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 weiter mit der Formel 1 und Baku mit dem Auftakt des freien Trainings. Joa, mal gucken, ob das so ein ähnliches Wochenende wird wie die letzten beiden oder ob wir das aber auch wieder so ein Desaster-Wochenende erleben wie so oft in Baku. Bei den letzten beiden Versuchungen waren es ja nur die letzten Plätze. Aber gucken wir mal auf jeden Fall. Wie gesagt, erstmal noch ein bisschen heute noch Delfier. Ne, also ich nehme jetzt ein bisschen Delfier noch auf und dann setze ich mich an die Formel 1 und dann schauen wir mal auf jeden Fall. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Donnerstag. Wir sehen uns wieder dann hoffentlich ab Montag wenn ihr Fan von dieser Reihe seid ihr. Tschüss.